Jo, und willkommen zu einem neuen Video. Jetzt hat mich ein Zuschauer angeschrieben und gefragt, ob er mal mit mir spielen kann. Und ich habe gedacht, ich mache ihm mal eine Freude, aber spiele nicht nur mit ihm, sondern gebe ihm pro Kill 1000 V-Bucks. Also wir werden jetzt drei Runden Duo spielen und so viele Kills, wie du insgesamt machst. Also ich rechne dann die Kills zusammen von allen drei Runden von dir. Und dann bekommst du so viele V-Bucks pro einen Kill 1000 V-Bucks. Also zum Beispiel fünf Kills sind dann 5000 V-Bucks. Bist du bereit? Das ist ganz schön viel. Bist du bereit? Ja. Okay, let's go. Okay, willst du dich mal vorstellen? Ich habe auch den E-Mail. Elf Jahre. Und ich habe in deiner Insta-View gesehen, du bist vergeben. Ja. Schon, keine Ahnung, zwei Monate. Okay. Na ja, schon. Ich hatte auf jeden Fall mit Elf noch keine Fragen. Ja, wird immer früher. Entscheide du einfach, wo wir hingehen sollen. Fertig. Okay. Hoffentlich mache ich schön viele Kills. Was ist dein Ziel? Wie viele Kills willst du mindestens schaffen? In allen drei Runden zusammen? Zwei. Zwei Kills, okay. Das wären dann 2000 V-Bucks. Ja, dann kann ich mir einen legendären Zinsen. Ich gebe mein Bist. Hier kommt halt wirklich jemand zu mir. Mit Raketenwerfer. Woher hat er jetzt einen Raketenwerfer? Oh, oh. Er ist oben bei mir drin, ne? Verloren. Ähm. Warte, ich gehe schnell zu irgendwelchen Gegnern, aber nicht schnell sterbe. Weil es geht ja um deine Kills, nicht um meine. So, hier müsste dann einer sein. Da, der Hock da. Und Schuss. Schnellt. Aha. Okay, ich verlasse jetzt, ich verlasse jetzt einfach die Runde. Machst du direkt eine neue Mache. Jetzt brauche ich mindestens bitte ein Killen. Äh, ich flieg dir einfach mal hinterher. Ja. Wahrscheinlich jetzt wieder so eine Raketenwerfer an, dann muss ich das auch. Ich gehe hier unten nicht, ich gehe unten, du gehst oben. Ich habe ein Schlumengewehr. Ich nehme den Raumgang. Okay. Ich habe eine Mini für dich. Hier oben ist ein Scar für dich. Eine Scar? Ja. Ja. Okay, noch. Medikit kann ich stacken. Oder willst du stacken? Hier ist noch ein Mini. Danke. Äh, ja, nimm du Medikit. Also komm, hier ist ein Gegner. Okay. Ich habe ein Lass. Und welchen Maus? Hier. Direkt. Komm, ich lasse dir den Kill. Geh vor mir rein. Okay. Nein, ich bin hier. Der ist oben. Ja. Ja, ich bin hier. Ja. Angst, ich bin hier. Von hin. Oh. Komm. Ich habe ihn. Nein. Alter, das war knapp. Okay, ähm. Ich habe Medikit. Ich habe ja Medikit. Ähm. Ja, benutzt du. Das sind ja deine Kills. Ja, klar. Ich habe zwei. Achso. Recht hoch. Ja. Okay. Und schon. Nein. Ich habe den Kill so abgestopft. Sind da noch andere? Ja, da, ich seh welche. Die kommen von 303. Ich glaub, der will die snipen. 303. Ah ja, ich seh den. Ich hab ihn. Hast du jetzt ne Pump? Nee. Okay. Komm her, ich geb den. Die. Also du entscheidest alles, was wir machen. Okay, wir könnten ja mal nach Gegnern drücken. Okay, wir können ja in die Border gehen. Weißt du, ob hier irgendwo ein Quad ist? Weil ich bin nicht so oft hier. Ich hab keine Ahnung. Aber wir können uns einfach hochbauen und fliegen. Ich hab nur noch ein wenig. Danke. Wenn man vier nimmt, dann kann man so wuuuuh, kann man springen. Nee, ich weiß. Und man ist ein und ein. Fände ich cool. Nee, voll geil. Okay, hier. Okay, hier ist das Läufer für dich. Hä, wieso sind hier denn keine Läufer? Hier ist noch ne... Das halbe ist schon. Ja, ein blaues. Ja, lass den die Läufer suchen, oder? Ja. Ach, Alter. Lass uns nen Geist nehmen. Dann Gegner suchen. Ja. Da könnten welche sein. Ja, ich hab den Gold nach Zauber. Ja, natürlich laufen. Ja, ne, hier ist niemand. Ah, hier sind Wache. Äh, kannst du hier Ballons mitnehmen? Dann können wir fliegen. Hm, ja. Wohin? Ja, Tone. Ich glaub, da sind gerade welche geflogen. Ach komm, du hast ja nicht gesehen. Willst du dich auch schießen? Ja. Weil... Wir wollen ja auch killen. Also, wir wollen ja nicht, ja. Oh, naja, ist jetzt da. Noch einer. Hat nen Hit. Ein Kill! Oh mein Gott, ich bin runtergesprungen. Kannst du runter springen, meine Tür? Ja, ich bin runtergesprungen. Ich bin runtergesprungen. Ich bin runtergesprungen. Der ist bei mir. Okay. Ich hab noch jemand. Komm hier rein. Am besten. Wer kommt? Kommst du hier rein? Bisschen? Ja. Ich hab keine Mets mehr, also null. Hast du ein bisschen was? Ich hab... Oh Gott. Die beiden. Okay. Okay, 1000 Vivax hast du schon mal? Komm. Nein. Nice. Nein! Aber es ist gut, 2000, das wollte ich erreichen. Okay, du hast sogar noch einen rum. Aber da haben wir noch einen rum. Ja. Ja. Wir gehen risky. Oder wollen wir hier hin, weil hier können wir uns dann die Sachen holen. Und weil hier sind zwei Drohnen und dann können wir uns die restlichen da absaugen. Nimm egal, wir gehen da hin, wo du willst. Kommt das Haus da gehen. Also diese Häuser da drin. Ja, okay. Ich hab ein, ähm... The Birth. Also ein Teilungsstrung. Und... Noch ein. Ja. Schön. Noch ein. Mein Bruder. Da. Und ich weg ist halt. Und ich weiß. Und wo. Ja, hier ist ein Viggy für dich. Komm. Viggy? Ich hab ein Server für dich. Äh, ich hab grad einen getrunken. Kannst du den einfach mit dir gucken? Okay. War tatsächlich keiner. Ähm, ich benutze mal Ballons. Mal gucken, ob ich welche sehe. Ja. Ja. Da sind welche. Wo? 165. 165? Ja. 165. Ja. Ja, okay. Okay, ähm... Ich hab nur 50 kommen einfach. Ja, ja. Das sind zwei Leute. Glaube ich ein bisschen ohne. Ja, hier. Bei mir. Eifel. 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 Und... Da kannst du mal wieder. Das ist wichtig. Eifel. Ja. Ja. Okay, nice. Ja, nimm die hier, was du willst. Warte, ich hab hier ne P90 für dich. Wo? Hier hab ich die gedroppt. Da. Okay, ich hab ja zwei Kills, ne? Ja. Wollen wir in die Zone? Da, ne? Ja. Der ist bei mir. Okay, kommen welche? Zwei. Auch zu dem. Pass auf. Ich seh's. Pass auf, der ist da. Nice. Okay, hier ist noch einer. Kommst du? Ach. Bin gleich da. Ja. Also jetzt. Jaaa. Mein Kills. Ist er da drin? Ne, da. Meiiin. Da ist noch einer Heavy. Okay, da ist noch einer auf 255. Komm, wir fliegen schnell mit dem... Ist das Heavy? Nein, lass schnell einfach mit dem Ballant fliegen. Jetzt hab ich... Wo ist denn meine Ballant? Ah, der Raketen. Ja. Ah, ich seh den. Auf 285 zwei Leute. Jaaa. Flieg dahin. Okay, ich... Der eine hat nen Headshot. Der andere fliegt weg. Er will sein Team mit gar nicht. Da ist noch einer auf W. Wach ich? W oben. Warte, ich bin nicht gekriegt. Ja, da, ich seh den. Ich werd abgeschossen. Ja, auf W oben. Da! Ihr habt auf den anderen geachtet. Ich hab den. Ich hab den. Schon wieder. Ja. Ich hab den. Hab den anderen. Schön. Ich hab den. Oh mein Gott, die Zombo. Hab ihn. Papa. Was? Hä, wo denn? Ich hab gar nichts. Der eine ist auf Envy. Nein. Er hat Raketenwerfer. Hi. Okay, warte, ich hab jetzt nen Code. Ich hab ihn dir über Insta geschickt. Wer? 40 Euro. Ich komm gar nicht drauf. Klar grad. Warte, ich geb ihn jetzt ein. Oha, das stimmt wirklich. Hat's geklappt? Dieser Code hat einen Wert von 40 Euro. Okay, perfekt. Warte, damit kannst du dir 5.000... Also, man bekommt 4.000 V-Bucks plus 1.000 Bonus. Also mit 39,99 kannst du dir insgesamt 5.000 V-Bucks kaufen. Mit 99,995. Oha, wie cool. Soll ich dir ein Bild schicken, wie ich es gemacht habe? Ja, schick. Danke. Kein Ding.